Verschärfte Sicherheitsbedingungen herrschten für die 19 Stadträte und die Mitarbeiter der Stadtverwaltung mit weiter für die Stadtratssitzung. Denn auch hier sollte eine Ansteckung mit dem Coronavirus vermieden werden. Tagungsort war die Dreifeldhalle in der Leipziger Straße. Tische und Stühle standen wie vorgeschrieben auf Abstand. Die Türen waren offen, Desinfektionsspender standen an den Eingängen. In seinem Informationsblock zur Pandemie bestätigte Oberbürgermeister Schreiber den ersten Corona-Fall in Mitweida. Weitere Informationen zu Person und Aufenthaltsort gab er nicht, um deren Persönlichkeitsrechte zu wahren. Weiterhin beschlossen die Räte einstimmig die Vergabe von Bauleistungen zur Sanierung Kirchplatz-Mitweida und mehrheitlich zur Straßenerneuerung der Leipziger Straße. Mehrheitlich beschlossen die Räte auch, dass Schreiber bis zum 31. Mai 2020 in dringenden Fällen Aufträge selbstständig vergeben darf. Die Aufträge dürfen Kosten von 35.000 Euro nicht übersteigen. Der Oberbürgermeister versprach, davon möglichst wenig Gebrauch zu machen. Außerdem sollen Absprachen mit den Räten digital mittels Videokonferenz erfolgen.